Willkommen zum Benni Sommerrätsel Lauscher auf. Kennt ihr euch aus beim Thema Musik? Dann folgt Benni ins Tokarion, der Kindermusikerlebniswelt der Sigmund-Kiner-Stiftung im Festspielhaus Baden-Baden. Das Tokarion ist eigentlich gar kein richtiges Museum. Denn wo gibt's das schon in einem Museum, das man alles anfassen und ausprobieren darf? Das Boden-Piano macht Benni besonders viel Spaß. Vielleicht wäre er auch ein guter Kontrabassist geworden. Groß genug wäre er ja. Am allerliebsten haut Benni aber einfach mal auf die Pauke. Im Tokarion gibt es aber nicht nur viel zu sehen, sondern es gibt auch ganz viel auf die Ohren. Hört einfach mal hin und helft Benni dabei, die Töne zu erkennen. Welches Instrument spielt hier? Musik 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 Musik